SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor Am Mikrofon Jürgen Albers und wir sprechen heute mit Albrecht Müller zu seinem Buch Meinungsmache. Wie Wirtschaft, Politik und Medien uns das Denken abgewöhnen wollen. Guten Tag meine Damen und Herren. Wir müssen heute nicht weniger zu klären versuchen als was richtig ist und was falsch. Denn wenn alle führenden Medien ungefähr das gleiche verbreiten, dann kann es sich einfach um die Wahrheit handeln. Es kann aber auch das Ergebnis gezielter Propaganda und Meinungsmache sein. Umgekehrt können abweichende Meinungen Verschwörungstheorien sein oder aber berechtigte Hinweise auf ein Vertuschen von unangenehmen Tatsachen. Herr Müller, nennen Sie uns doch bitte zu Beginn gleich mal ein Beispiel, wo für Sie besonders klar ist, dass es sich um wahrheitswidrige Meinungsmache handelt. Eines der bedrängendsten Probleme und Fragen, bei denen Meinung gemacht worden ist zu unserer aller Kosten und Lasten, ist die Bewältigung der Finanzkrise. Da hat man von seiner Bundesregierung und der Banken gesagt, das ist alles aus den USA gekommen und wir sind davon völlig überrascht worden. Schon das stimmt nicht. Es gibt schon in den 90er Jahren und dann 2003 klare Signale dafür, dass es eine Krise bei uns dazu gab. Und das Entscheidende ist, dass dann von Frau Merkel und Herrn Steinbrück einvernehmlich behauptet worden ist, jede Bank in Deutschland sei systemrelevant oder systemisch, wie man behauptet hat, und keine Bank dürfe eingehen. Und das ist ein unglaublich teurer Vorgang gewesen, eine unglaublich teure Propaganda. Das hat zum Beispiel bedeutet, dass wir die IKB gerettet haben, eine private Bank mit 8 Milliarden und dann aber ganz gravierender, noch gravierender, die Hypo Real Estate in München, HRE. Das hat bisher dazu geführt, dass wir einen Rettungsschirm von über 110 Milliarden zur Verfügung stellen und schon 87 oder 83 Milliarden sind schon an Garantien gewährleistet worden und verschwiegen wurde aber, wem das zugutekommt. Wer von unseren Hörern weiß, und das ist gar kein Vorwurf an Sie, wer weiß, wer die Profiteure sind? Wer sind die Geretteten? Es gab einen Artikel im Berliner Tagesspiegel, in dem aufgelistet worden ist, wer die Profiteure sind. Der hieß die Geretteten. Das ist in den deutschen Medien sonst überhaupt nicht wahrgenommen worden. Und wer sind diese Profiteure? Jetzt sind zum Beispiel, ich sage nochmal die Zahl, 87 Milliarden insgesamt und davon sind allein 43 Milliarden ausländische Investmentbanken und Fonds. Ja, irgendwelche Fonds in Japan und vor allem in den USA wurden mit unserem Steuergeld gerettet. Darunter sind aber auch die Deutsche Bank mit knapp 2 Milliarden, die italienische Unikredit, die die Hypo-Vereinsbank in München übernommen hat, mit etwas über 2 Milliarden, die Bayerische Landesbank mit etwas über 2 Milliarden, aber auch solche Einrichtungen wie die Evangelische Kirche, die Katholische Kirche, der WDR, die dort Gelder angelegt haben, weil es besonders profitabel war. Systemrelevant war das nicht. Also die Deutsche Bank wäre auch bei einem Verlust von 2 Milliarden nicht eingegangen. Die Unikredit wäre auch nicht eingegangen mit 2 Milliarden. Die Evangelische Kirche, die hat es vielleicht sehr gejuckt mit den 100 Millionen, die sie da drin haben und den WDR auch. Aber wieso sind wir als Steuerzahler genötigt, die Spekulationsverluste dieser Einrichtungen zu bezahlen? Nun ist es bestimmt unstrittig, dass da viel Geld und viel Steuergeld geflossen ist. Aber es wird ja behauptet, wenn wir das nicht gemacht hätten, wäre es noch viel schlimmer gekommen. Das heißt, es hätte auch uns Steuerzahler noch viel mehr gekostet. Das ist ja, ich habe ja versucht, das zu zeigen. Ich sage nochmal, die Deutsche Bank wäre nicht eingegangen mit den 2 Milliarden, die Postbank auch nicht mit den 800 Millionen. Und dann ist ja auch nicht einzusehen. Die Marktwirtschaft funktioniert so. Und das System hätte überdauert. Die Garantie von Frau Merkel, dass jeder Einleger ansonsten sein Geld wiederkommt, die gab es ja nebenher noch. Und wenn man sich darauf konzentriert hätte, und dafür gab es Vorschläge. Der amerikanische Ökonom zum Beispiel, James Galbraith hat den Vorschlag gemacht, wie man so eine Bank abwickelt, wie die HRE, indem man die Teile trennt. Also da, wo es um das normale Publikum geht, trennt man von dem anderen. Das ist ja bei uns nicht mal diskutiert worden, sondern durch die Propaganda, nämlich das Systemrelevant, hat man alles stillgestellt. Kaum ein Journalist hat das kritisiert. Außer dem erwähnten Artikel im Tagesspiegel habe ich kaum irgendwo etwas dazu gelesen. Nun haben wir doch Pressefreiheit. Wir haben die verschiedensten Medien, darunter übrigens auch ihre eigenen Nachdenkseiten im Internet. Wie soll es denn da überhaupt möglich sein, dass ganz bedeutende Medien vom Spiegel bis zur Tagesschau gezielt entweder Meinungsmache betreiben oder auf diese Meinungsmache reinfallen? Also ist ja schön mit der Pluralität und es ist wunderbar, wenn Sie sagen, die Nachdenkseiten würden da ein korrigierendes Gewicht haben. Da muss man aber die Größenverhältnisse sehen. Wenn man ein Konglomerat von sogenannten Hauptstrom-Mainstream-Medien hat, die sich in Kampagnen einbauen lassen, dann kommt man auch mit so einer Sendung wie heute oder mit unseren Nachdenkseiten oder anderen Internetseiten, kommt man dagegen nur sehr schwer an. Man kann daran kratzen, das ist richtig, aber man wird Spiegel Online, die Tagesschau, wenn sie einseitig Propaganda macht, wenn sie Kampagnenjournalismus macht, wird man nicht oder nur schwer konterkarieren können mit diesen einzelnen Medien. Und das Kernproblem, auch im Vergleich zu früher, ist, dass eben die kritischen Medien in Deutschland ausgefallen sind. Früher konnte man sagen, die Zeit ist ein einigermaßen kritisches Medium, die Zeit aus Hamburg. Oder man konnte sagen, der Spiegel ist im großen Ganzen ein kritisches Medium. Er war das nicht immer, der hatte durchaus auch andere rechte Elemente, aber er war in wichtigen Fragen ein kritisches Medium, der Stern in gleicher Weise. Die sind alle ausgefallen. Sie haben Spiegel und Spiegel Online heute als Kampagnenjournale. Die lassen sich in Kampagnen einbauen. Gucken Sie mal, wie bei Spiegel Online die neoliberalen Glaubenssätze, dass wir Strukturreformen bräuchten und nur dann würde sich die Wirtschaft hier wiederum erneuern können oder würde die Wirtschaft florieren können. Diese neoliberale Propaganda für die Agenda 2010 und für Hartz IV ist im Spiegel massiv gemacht worden. Wieso ist das jetzt ein Glaubenssatz? Erläutern Sie das mal ein bisschen genauer. Also es gab ja schon einige Reformen und jetzt sollen noch ein paar mehr gemacht werden und das soll ja helfen, Arbeitsplätze zu schaffen. Ja, man kann mit Reformen nicht Arbeitsplätze schaffen. Das ist doch die Lüge, die unter die Leute gebracht worden ist. Es wurde behauptet, mit Hartz IV oder mit Jobcenters, mit Ich-AGs und dergleichen mehr würde man Arbeitsplätze schaffen können. Das ist doch eine Illusion und das ist, weil es werden ja keine neuen Aufträge geschaffen, es wird ja keine neue Nachfrage geschaffen, dadurch, dass man Hartz Römisch IV einführt. Man muss da mal wieder grundsätzlich drüber nachdenken. Hartz Römisch IV ist ein Mittel zur Verwaltung von Arbeitslosigkeit. Die Leute, die es eingeführt haben, meinten damit eine etwas kostengünstigere Verwaltung zu haben für die Arbeitslosigkeit. Aber zumindest die SPD meinte doch auch, dass sie den Arbeitslosen damit etwas Gutes tut oder hat das zumindest gesagt. Ja gut, das ist ja Teil der Propaganda. Das ist doch etwas, was Sie jetzt zum Beispiel bei Steinmeier, wie aus dem Stehsatz immer wieder finden, bei den vielen Interviews, die es jetzt gibt, finden Sie immer eine Passage, dass die Agenda 2010 erfolgreich gewesen sei, dass damit der Bundesetat saniert worden sei, dass damit die Arbeitslosigkeit gewaltig reduziert worden sei. Das ist doch eine reine Propaganda. Das stimmt also nicht, der Bundesetat ist nicht saniert worden. Das Bundesetat ist doch nicht dadurch saniert worden. Der ist saniert worden durch eine konjunkturelle Belebung, die im Jahr 2006 und 2007 aufgrund unserer hohen Exporte möglich war. Aber die ist ja nicht mal richtig saniert worden, sondern wir haben ja nach wie vor Netto-Kreditaufnahme gehabt. Das ist auch eine reine Propaganda, dass das behauptet worden ist. Und auch, dass wir einen Boom gehabt hätten, ist reine Propaganda. Da fragen Sie doch mal die Leute, ob sie mehr in ihrer Lohntüte oder auf dem Konto gehabt haben. Das ist auch nachweisbar, dass die Reallöhne in den letzten 15 Jahren nicht gestiegen sind, sondern dass sie stagnierten. Also haben wir keinen Boom gehabt. Den Boom gab es vielleicht bei den Aktienkursen, aber nicht bei den Einkommen der normalen Leute. Das alles ist Propaganda gewesen und ist weitere Propaganda, massive Propaganda bei Steinmeier, um den Leuten zu erzählen, dass die Agenda 2010 erfolgreich gewesen sei. Und das ist für uns alle von großer Bedeutung, diese Art von Propaganda, weil auf die Agenda 2010 demnächst von Schwarz-Gelb ohne Widerstand durch die SPD vermutlich die Agenda 2020 draufgesetzt wird. Und der Steinbrück hat ja jetzt ein Papier der schwarz-gelben Koalition präsentiert, bei dem er schon Vorschläge für diese Agenda 2020-Kürzungen macht, die es im sozialen Bereich bei Rentnern und so weiter geben soll. Meine Damen und Herren, wir sprechen heute Morgen mit Albrecht Müller zu seinem Buch Meinungsmache. Sie können sich wie immer mit Fragen an den Autor an der Sendung beteiligen. Die Telefonnummer ist Saarbrücken, also 0681 65100, Saarbrücken 65100. Sollten Sie nicht durchkommen, können Sie mir eine Mail in die Sendung schicken, fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir den ersten Anruf. Ich wollte den Autor fragen, warum sein Buch Machtwand von 2006 nicht besser beachtet wurde. Denn er schreibt dort, wir haben es mit einer Generation von Top-Eliten zu tun, die viel Zeit, Kraft, sogar Steuergelder darauf verwenden, das bisher angesammelte Volksvermögen zu verschärbeln und eine der wichtigsten sozialen Errungenschaften, die solidarischen Sicherungssysteme dem Vertrauensverlust preiszugeben und somit zu zerstören. Der Autor weist damals nach, dass die Privatsvorsorge-Systeme in den USA, in Großbritannien, in Chile und anderen Ländern zusammengebrochen sind und um 4% eine ganz entscheidende und ganz positive Rate haben von Kosten. 10% ist aber im Umlageverfahren zu beachten. Das bedeutet, der Autor hat damals schon die grundlegenden Geschichten vorgetragen. Was sagt der Autor heute dazu, wie sich die Sache entwickelt hat? Also Thema Privatvorsorge versus gesetzliche Rentenversicherung. Sie haben das richtig notiert, dass ich schon in Machtwahn auf diese Zusammenhänge hingewiesen habe. Ich habe das jetzt in der Meinungsmache nochmal weiter ausgebaut. Ich habe vor allem darauf hingewiesen, wie in der öffentlichen Debatte dort der normale Bürger in zwei Welten aufgespalten wird, nämlich in die Welt des Steuerzahlers, der die Förderung für Riester-Rente und Rürup-Rente finanziert und in die Welt dessen, der möglicherweise in Genuss dieser Förderung kommt. Und die eine Seite, dass wir das nämlich alles bezahlen, die wird schlicht weggetränkt, vergessen. Und dann werden die Leute nur darauf angesprochen, dass sie doch möglichst schnell die Förderung des Staates aufnehmen sollten und riestern und rürupen sollten. Ich habe die weiteren Hintergründe gezeigt, wie die Wissenschaft dort eingespannt ist, wie politisch korrupt diese Leute, diese Wissenschaftler sind. Das habe ich jetzt einfach aufgebaut und ausgebaut auf der Basis dessen, was sie in Machtwahn schon war. Und es ist in der Tat so, dass hier ganz wichtige, mithilfe dieser Propaganda, ganz wichtige soziale Einrichtungen in Deutschland zerstört werden. Es ist das Vertrauen in die gesetzliche Rente völlig ruiniert worden. Es ist ein Konflikt zwischen den Generationen heraufgeredet, heraufbeschworen worden. Es ist in die Köpfe der jungen Generation getrimmt worden, dass die Alten auf Kosten der Jungen leben. Das sind fürchterliche Vorgänge. Hier wird die Gesellschaft gespalten. Hier werden die Jungen gegen die Alten aufgehetzt. Das kann man tun. Man kann sagen, die junge Generation ist benachteiligt. Das liegt aber nicht an der Zahl der Rentner und an deren Renten, sondern es liegt daran, dass man den Jungen keine Chance gibt, einen ordentlichen Arbeitsplatz und eine gute Berufsperspektive zu finden. Also, Sie haben das richtig angesetzt und richtig gesehen. Man muss sehen, dass mithilfe dieser Propaganda ganz vieles zerstört wird. Sie hatten andere Üstungsweise noch drin, dass auch...